Hi Leute, na? Hat eine schöne Frisur, oder? Super. Leute, ich streame heute Abend. Es geht wieder los. 18 Uhr mit GTA, Reacts und dem Community-Event. Wird ganz toll. Paluten und ich spielen jetzt erstmal eine Runde Quizmaster. Und es wird ganz spannend, wer das jetzt gewinnen wird. Stimmt's, Palle? Ja, ich freu mich schon total. Oh, hier ist ein neues Haus. Perfekt, bis dann. Tschüss. Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Und ich wundere über meine Frisur. Ich habe mir die Haare schneiden lassen. Bitte nicht anzeigen. Ich habe auch Akani dabei, der hat noch keine Frisur-Change gehabt. Akani hat überhaupt keine Körperspannung gerade. Sieht einfach so aus wie so eine haarige Wurst. Schön, dass du dabei bist, Akani. Ich spiele heute wieder gemeinsam mit Paluten und Escaichen. Die tolle Quizshow, die jetzt einmal die Woche hier regelmäßig stattfindet. Also, eigentlich kann ich euch nicht versprechen, dass irgendetwas regelmäßig auf meinem Kanal kommt. Ich wollte gerade sagen, also, mich hast du da irgendwie noch nicht, aber du musst mich ja auch bezahlen. Alter! Früher habe ich das doch umsonst gemacht, aber jetzt ist alles im Arsch. Die Wirtschaft ist unten. Spiegel Bestseller-Auto will jetzt ja noch bezahlt werden, alle. Eine ganz wilde Nummer. Tobi! Ja! Was haben wir heute für eine Fris-Show? Let's go! Du hast mir gesagt, also mich gezwungen, dass ich mir 25 YouTuber-Infonds von damals... Achso. Achso, ich habe bei mir nicht die Verbindung gehabt. Paluten? Das ist... Ja? Man hört, dass du gerade irgendwas isst. So, ja, mach los jetzt hier. Ich bin bereit. Ich hoffe, ihr hört Ton und ich hoffe, ihr seht das Bild. Warte, ich probier mal. Achso, da oben. Ja, warte, ich muss das hier mal... Alter, was? Habt ihr den Ton gehört? Müssen wir schon raten? Montana Black. Montana Black, ja. Boah, Luda hatte da den ersten Punkt. Ey, Moment mal, es geht doch noch gar nicht richtig los. Warte, ich fange die Frage. Achso, wir erraten heute Int. Richtig. Muss ich sagen, für damalige Verhältnisse, richtig geiles Intro. Ja. Das nächste Intro. Natürlich, klar. Kein Kraft da! Ich war zuerst. Warte, 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 du warst doch nicht so ernst. Ich war zuerst. Ich war zuerst. Ne, überhaupt nicht. Alter, was sagst du, Tobi? Tobi? Digga, das war es hier knapp. Hey, das war also, das war definitiv nicht. Bei mir war ich, ne, bei mir war ich wieder zuerst. Ach, Quatsch. Es ist halt die Latenz, Alter. Also, bei mir war es knapp, weil ich habe beide Seiten zu spät gehört. Also, ich glaube, da ist gerade der Aufnahmevorteil bei dir. Palle, 1-0 für mich. Ich habe immer einen Vorteil, weil ich das Video... Hier, die Aufnahmeleitung sitzt in Köln. Dementsprechend, ich nehme dich auf, Palle. Ich habe es gewonnen. Weiter machen. 1-1. Geil. Ja, ja. Okay, weiter. Sascha und Sympathisch. In Scope. Ah, ist ein In Scope. Nein. Was hast du gesagt? Sascha und Sympathisch. Oh mein Gott. Alter, das ist jetzt schon. Alter. Nee, das ist ja das... Das ist doch das Pro7-Intro. Das hat er doch gestohlen. Das ist doch nicht eigentlich... Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 18. Alter, das ist so unfair, wie Paluten hier spielt, ne? Konk! Ich war zuerst. Sorry, ich habe wieder beide gleichzeitig gehört. Das kann nicht sein! Das war doch... Ich war früher. Nee, also ich war früher. Ach, Quatsch! Nee, also... Nee, ich habe beide Konk gleichzeitig gehört. Dann kriegt jeder einen Punkt. Jeder einen Punkt. Komm, bringt das. Das ist einfach ein Scanner. Jeder einen... Vielleicht sollten wir das immer einfach in den Chat schreiben, oder so. Jeder einen Punkt ist doch jetzt fair. Jeder einen Punkt ist doch fair. Du, das nächste Intro kommt direkt nach dem Intro, zwei, eins. Moment... Kronk! Let's play's mit Herz! Let's play's mit Herz! Herz, let's play's! Okay. So ein geiles Intro auch eigentlich, ne? GOMME! GOMME-HD! Ich war zuerst! Ich habe GOMME-HD gesagt! Du hast nur GOMME gesagt! Das ist mein Punkt! Es ist GOMME-HD! Nee, ich war... Nein! Es muss ja voll in Narbe genannt werden! Wenn du jetzt sagst, GOMME... Eine halbe Stunde vorher... Gib mal GOMME ein! Hier, GOMME, da findest du alles! Hier, da findest du... Nee, GOMME findest du GOMME. Findest du alles hier! Wieder Gutmachung mit dem Ehrenmann von Gurkensohn hier! Da, das gespaltene Land von Lunadaku findest du da! Elguni, Rihanna! Findest du da, wenn du GOMME eingibst! Ja? Ja, komm, ich geb... Punkt, Alter! Was ist denn, Junge? Kompetitiv spielen! Ich war ein bisschen nicht nur vor dir! Alter, du hast aber nicht das HD gesagt! Das HD ist entscheidend, weil der lädt seine Videos in 1080p hoch! HD also! So, Full HD! GOMME Full HD, Alter! 3, 2, 1... Kopf gast! Zombie? Ich kenn die alle nicht! Nel Floyd! Ja, der Floyd, ich bin's, ich bin's! Nel Floyd! Ganz klar ich! Nel Schein! Oh, geil! R отдел! RELINCIEN! R habe ich einfach so eine Schale aus Holz zerbrochen. Boah, ich bin so stark geworden. Ich glaube, ich habe mich geschnitten dabei. Au. Können wir weitermachen? Ja, bitte. Palle liegt, glaube ich, zwei Punkte vorne gerade. Was? 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 Nee, nee, nee. Ey. Wir haben ja nicht mal den Punkt vergeben. Ja, schnauze jetzt, bitte. Sag mal, jetzt reiß ich mal zusammen hier. Oh, geil. Da kommen doch die Goosebumps, oder Palle? Immer zum Einschlafen geguckt, ne? Direkt blockiert. Direkt jetzt geht es weiter. Drei, zwei, eins. Boah, keine Ahnung. Pixel Wolf. Ich hör das. Pixel Gang. Was? Pixel Gang Clothing Intro. Ich habe Pixel Wolf gesagt. Ach so. Palle auch. Und wer war das zuerst? Das Ding ist, ich höre es schlecht, weil ich auf 125% Lautstärke habe. Was bist du für ein Quizmaster? Ich war eine Dreiviertelstunde wieder davor. Ja, ich aber bei mir auch. Bei mir waren wir gleichzeitig. Keine Ahnung. Pixel Wolf. Pixel Wolf. Im Gesamtkontext, ja, du kriegst den Punkt. Komm, machen wir weiter. In 3, 2, 1. Und jetzt verkauft der T-Shirt zu 120 Euro. Ja, warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Ja, den hasst du am meisten von allen YouTubern. Den hasst du so. Da gebe ich auch gerne den Punkt. Wenn er tatsächlich mal als Erster da was gesagt hat. Oh, der verlootet. Aber ich bin so nett und so vorkommend. Mal weiterkommen. Okay, Nächste, drückt 3, 2, 1. Crafting Pet. Crafting Pet. Crafting Pet. Großer Fan von Crafting Pet. Der hat noch mit Spargo Finis Varro gewonnen. Varro. 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 Ja, wenn mein Kollege irgendwie in eine Schlucht runtergesprungen ist. Ja, GAP, ey. So dumm, oder? Wirklich. Dummer GAP, Alter. Ich sag's dir. Es ist nur noch ein Punkt Abstand, Paluten, ne? Jetzt, äh, komm ich. Achtung, bin gekommen. Okay, machen wir weiter. 3, 2, 4. Fieber! Dener, 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 dener! Ich war zuerst! Oh mein Gott. Dener, dener. Das war wieder... Oh. Spargo Finis, Spargo Finis, Spargo Finis! Ja! 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 Kommer, zu der Inside! Ja! Ja! Hallo. Wenn sie alle so für Minecraft geguckt, was? Ich hab am Anfang gesagt, wer Spargo Finis intro rät, kriegt minus 50 Punkte. Was? Ja, hat er gesagt. Das war eine Game Show. Okay, wir sagen auf 3 Steinschere Papier, okay, Palle? Also nicht das... Also 1 davon, okay? Ja. 3, 2, 1. Papier. Atombombe. Waa? Ja! Woo! Let's go! Palle kriegt den Punkt und ich hab den da. Ja, es ist immer noch ein Punkt Abstand. Okay. Du weißt, diese Punktvergabe hier, es kommt hinter Schwachsinn. Das ist aber auch ein geiles Intro, mit diesen Visuals hier mit dem... Ja, jetzt geht weiter. Minecraft-Expert! Ich hab Minecraft-Expert gesagt. Was hast du, Isaac Revi? Minecraft-Expert! Was hast du da jetzt genuschen? Ich hab Minecraft-Expert gesagt. Ja, also verlooten war da deutlich. Oh mein... Ganz ehrlich, man sagt ja auch MC-Expert, man sagt ja nicht Minecraft-Expert. Du hast einfach nur das vorgelesen. Ah! Ich hasse diese Show! Oh, Creeper. Creeper-Expert. Stiggy! Nee! Alter! Alter, weiß ich gar nicht. Kenn ich gar nicht. Kenn ich nicht. Hatte! Warte, Stiggy. Rotpilz! Ich dachte auch, es ist Stiggy. Es ist Rotpilz, ne? Weiß ich ja jetzt. Es ist Rotpilz. Ja, ja, hab ich den Punkt gemacht? Ja, hab ich ja gesagt. Komm, Paluten. Ich gönne dir den Punkt, weil du bis jetzt immer verloren hast. Komm. Hier. Nimm ihn dir. Nimm ihn dir. Verleih ihn dir richtig ein. Nimm ihn in dich auf. Ich liebe es. Wie competitive wir bei diesem Spiel sind, wo es eigentlich nichts zu gewinnen gibt. Boah, ich hab so Bock, mich mit einem Messer in die Hand zu schneiden gerade. Broken Thumbs. Broken Thumbs. Das war zuerst ich. Broken Thumbs, die kenne ich nämlich. Manuel und Malte. Nee, Maltuell und Manuel. Die haben mich ja gepusht. Weißt du noch Paluten? Nee, ohne die wäre ich heute da nicht, wo ich jetzt bin. Echt? Sage ich so, wie es ist, ja. Ohne die und ungespielt. Aber du hast damit gar nichts zu tun. Oh, ich vermisse die ein bisschen. Tanda IP. Tanda IP. Ich hab zuerst Tanda gesagt. Ich hab zuerst Tanda gesagt. Ein Punkt Abstand und noch Palle. Eieieiei. Eieiei. Porkchop Media. Ja, da war, also ich mein, Porkchop ist gut, aber die heißen ja Porkchop Media. Ja, kannst du den Punkt haben, hier, komm. Geil, ey, du bist so. Du kannst die Nacht wieder nicht schlafen, ich weiß. Danke, ey, du weißt, wie viel mir das bedeutet. Ich bin so heu sonst wieder. Okay, mach mal weiter, komm. Echt Müll-Intro, muss man ehrlich sagen. Das ist gleich auf den Gefallen. Boah, wer ist das denn? Weiß, weiß. Da war Paluten als erster. Okay, weiter. 3, 2, 1. Paluten. Paluten. Ey, boah. Da war Paluten als erster. Was? Nee, also bei mir ist es wirklich gleichzeitig gewesen, ne? Ach komm, ach komm. Ey, immer in der Aufnahme. Hier ist irgendwas mit der Lateinz. Aber ich bin unparteilich. Das Problem ist, dass du verschubst. Du bist mein Angestellter und du bist kein bisschen unparteilich. Spierst. Ja, komm. Paluten liegt zwei vorne. Let's go. Fabo, 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 Fabo. Da war ich zuerst. Da war ich zuerst. Ja, klar. Oder, Ubi? Akani, gib mir recht. Akani, fass. Hey, Flash. 3, 2, 1. Oh, Fabo. Fabo. Boah, was ist das nochmal? Seronica D, Seronica D, Seronica D. Ja. 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 Der ist Bodybuilder. Alter, der schlägt Leute in der Innenstadt zusammen. Gegen Geld. Boah, das ist ein geiles Lied. Sturmwaffel. Ich kenne nur die ganze Musik, aber die ganzen Intros nicht. Ich kann die Musik direkt mitsingen. Die Waffel zum Wein? Was ist der mit Freddy? Elpe mit Kev. Elpe mit Kev. Freaks Happy. Ja, sehr gut. Ja, das war ich. Nachbar. Was? Was? Ich zerbreche weiter meine Schüssel. Achtung. Ich bin so sauer. Elpe mit Kev jetzt. Was ist das? Herr Bergmann. Herr Bergmann. Ich schneide mir die Hand auf. Ich habe zuerst, oder? Nein, Paluten. Ich schneide. Alle hatten richtig coole, hyperaktive Intros, den Tim nicht. Das ist ein geiles, hyperaktives Intro. Video. War ich zuerst. War ich zuerst. Tobi, war ich zuerst. Ja, das war's. Ja, Paluten hat auf jeden Fall gewonnen. Ich muss ganz schön einfach lassen. Da, mit herzlichen Glückwunsch an Paluten. Ja, freilich. Freilich, danke. Der Preis von 500 Euro gewonnen hat. Was? Na, Moment. Nein, den zahlst du. Den zahlst du. Der Gegenspieler bezahlt. Ja, gut. Dann muss ich an der Stelle ganz schnell los. Leute, ihr wisst Bescheid. Mein Stream läuft jetzt gerade, wo ihr dieses Video wieder seht. Paluten ist nicht dabei, weil ich nämlich verloren habe. Hätte er mich gewinnen lassen, hätte er mitspielen dürfen. So aber nicht. Also, das war's von diesem wunderschönen Video. Ich bin an der Stelle raus. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.